Wichtig ist halt das Timing. Das braucht x Stunden, dass man das perfekt hat, dass man im gleichen Moment die gleiche Bewegung macht, dass man gleich abhocken kann, dass man die gleiche Trittfrequenz fahren kann. Und das braucht halt x Stunden von Training und auch das hundertprozentige Vertrauen aufeinander. Ja sicher Motivation ist immer schneller zu werden, immer weiter zu kommen, Schritt für Schritt vorwärts, den Kampf gegen andere Athleten aufzunehmen. Wir wissen, wir sind semi-professionell, wir sind nicht Vollprofis, sondern wir schlagen uns auf der Welt gegen Vollprofis. Bannerath Sport ist für mich ein Kick, eine Herausforderung, ein Ausgleich und die Freude, mit über uns zusammen Grosses zu erreichen.